154 Orte, 63 Städte, 10 Länder. Google sagt, ich bin einmal um die Welt gewesen in 2018. In dem ersten Video dieses Jahr wollte ich einen spannenden Rückblick in 2018 werfen. Ich habe gemerkt, ich war so eifrig, das Video zu posten, dass ich einige Highlights von letztes Jahr weggelassen habe. Hier sind die. Ich habe gemerkt, dass ich das Video zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Look at the whole city! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, seid ihr noch da? Das ist ja wahnsinnig! Wenn ihr so weit geschafft habt, dann vielleicht abonniert ihr meinen Kanal, schmeißt ein Like oder zwei und bis bald zu dem Nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank.